6. November 2024. Europa wacht zu dieser Meldung auf. Es wäre der Armstfall für Europa. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir uns auf den Schutzschirm der USA verlassen. Auf deren Soldaten, auf die US-Atomwaffen natürlich. Das wäre ab sofort vorbei. Und die Ukraine könnte die Hilfe aus den USA dann vergessen. Trump würde einen Deal mit Diktator Putin schließen. Der Westen hätte diesen Krieg verloren. Putin würde sich ermächtigt fühlen, das nächste Land angreifen. Vielleicht sogar ein NATO-Staat. Und Washington reagierte dann wohl mit Axel Zuck. Darauf schauen wir in diesem Video. Ich bin Elmar Tewissen, berichte für das ZDF aus Washington seit 2019. Da war Trump noch im Amt. Was, wenn Trump wiederkommt? Wie kann sich Europa darauf vorbereiten? Das ist nur ein Szenario. Noch hat Trump die Wahl ja nicht gewonnen. Aber die Perspektive ist so realistisch, dass man sich dringend damit beschäftigen muss. Ich heiße Florian Neuhan, ich beobachte seit Jahren die NATO für das ZDF in Brüssel. Für den Blick in die Zukunft hilft immer ein Blick zurück. Europa kennt Trump ja schon. Schon vor seiner ersten Wahl 2016 hatte Trump keine Gelegenheit ausgelassen, um über die NATO zu schimpfen. Das gab's vorher noch nie. Ein US-Präsident, der die NATO für obsolet hielt? Klar war, es ging ihm ums Geld und hatte ja nicht irgendwie auch Recht. Zumindest verbal zeigte Europa sich einsichtig. Die Amerikaner haben Recht. Es ist eine Frage der Fairness, dass auch wir Europäer alle zusammen unseren Beitrag leisten. Ja, und es gelang Trump vom Verbleib in der NATO zu überzeugen. Auch weil Europa seine Verteidigungsausgaben ja deutlich steigerte. Die NATO hat also Trump 1 irgendwie überlebt. Und es gibt Insider, die sagen, jetzt macht mal Hype lang, dieses Bündnis würde auch Trump 2 überleben. Interessanterweise kommen diese Insider alle aus Westeuropa. Einfache Faustregel. Je näher an der Grenze zu Russland, desto größer die Sorge vor Putin und auch vor Donald Trump. Das merke ich, wenn ich mit führenden Politikern aus dem Baltikum spreche. Die haben Angst, dass die USA unter Trump sie aufgeben, dass sie selbst dann die Nächsten sind, die von Putin angegriffen werden. Könnte passieren. Beim ersten Mal Trump gab es noch Generäle und Minister, die ihn gebremst haben. Diesmal säßen da nur noch Gefolgsleute. Der Plan ist schon fertig. Massive Reduzierung der US-Truppen. Die Europäer müssten sich im Ernstfall erst mal allein verteidigen. Hätten also die Erstzuständigkeit für alles außer dem Nuklearschirm. Künftig kommt nur noch bei Bedarf Verstärkung, aber dann natürlich gegen Bezahlung. Also kein automatischer Beistand nach Artikel 5. Dazu passt die Frage, die wir von euch bekommen haben. Wie sind die Kündigungsbedingungen im eingetretenen Bündnisfall? Kann jeder die Fliege machen, wenn es heiß wird? Im Artikel 5 steht ja, dass ein Angriff auf einen dann ein Angriff auf alle ist. Und dann gibt es die Pflicht zum Beistand, aber mit Einschränkung. Jeder trifft die Maßnahmen einschließlich der Anwendung von Waffengewalt, die er Zitat für erforderlich erachtet, um die Sicherheit des nordatlantischen Gebiets wieder herzustellen und zu erhalten. Also man kann die Fliege machen, wenn es heiß wird. Aber wenn jeder sich rausredet, ist die NATO natürlich erledigt. Und es freut sich vor allem einer, Wladimir Putin. Ich war vor kurzem beim deutschen General Badia, Top-NATO-Kommandeur beim Allied Command Transformation der Denkfabrik des Bündnisses in Norfolk, Virginia. Badia sagte mir, Vereinigten Staaten von Amerika machen 50 Prozent der NATO aus. Dann wäre das ein massiver Einschnitt in NATO, in die Fähigkeiten und auch für den Bestand der NATO mit sich ein. Jetzt ist Zeit für ein paar Fakten. Die zeigen, wie sehr sich Europa auf die USA verlässt oder verlassen hat. Seit dem Ende des Kalten Krieges hat Europa nämlich die Zahl seiner Soldaten massiv reduziert, von 3,4 Millionen auf 1,3. Man dachte, vielleicht zu Recht, die Kriegsgefahr ist ja vorbei und hat also deutlich gespart. Der wichtigste Waffendieferant für die Ukraine bleibt mit Abstand die USA. Und Europa verlässt sich auf die US-Soldaten in Europa. Seit Putins Krieg nochmal plus 20.000 auf 100.000. Nur zum Vergleich, die Bundeswehr hat gerade mal gut 180.000 Soldaten. Okay, jetzt gibt es aber doch seit dem 24.02.2022, also seit Putins Krieg gegen die Ukraine, in Europa eine Trendwende. Pardon, eine Zeitenwende. Und ja, das wird einem hier in Brüssel von den Optimisten ständig rauf und runter erklärt. Europa macht doch mehr. Europa rüstet auf. Stimmt ja auch. Europa hat aufgeholt. Zum Beispiel bei der Hilfe für die Ukraine. Da gibt Europa insgesamt mittlerweile mehr aus als die USA. Aber, und hier kommen die Realisten ins Spiel, von denen es in Brüssel auch ein paar gibt, die sagen, das reicht halt nicht. Nur ein Beispiel. Eine Million Artilleriegeschosse wollte die EU der Ukraine liefern bis März dieses Jahres. Erreichen wird man 520.000. Die Hälfte. Das wird jetzt hier von manchem schön geredet. Zum Beispiel von Josep Borrell. Aber ernsthaft, das ist eine Blamage. Neulich habe ich den obersten EU-General interviewt, freundlicher Österreicher. Und der sagt ganz nüchtern einen Satz voller Sprengstoff. Ich gehe davon aus, dass der Wiederaufbau entsprechend reaktionsfähiger Streitkräfte für die meisten europäischen Armeen mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen wird. Ein Jahrzehnt. Wir haben da nur ein Problem. Was, wenn Putin vorher ernst macht? Wenn er also die Ukraine besiegt hat und wenn er dann, wenn er sein Militär wieder halbwegs aufgebaut hat, zum Beispiel über diese Walkilücke nach Litauen einmarschiert. Dann, jetziger Stand, würde er sich mit der gesamten NATO anlegen. Allen voran mit der geballten Militärmacht der Vereinigten Staaten von Amerika. Der amtierende Präsident Biden ist da kristallklar. Wir haben eine soziale Obligation unter Artikel 5, um jeden und jeden Inch der NATO-Territory zu retten. Das meint er ernst. Das wissen wir aus Gesprächen mit Bidens engsten Beratern, deren Namen wir nicht nennen dürfen. Wenn Russland ein Mitglied der NATO angreift, würden die USA mit überwältigenden konventionellen Gegenschlägen antworten. Auf die russischen Truppen, die unmittelbar an solchen Angriffen beteiligt sind, aber auch auf das russische Militär in anderen Regionen, zum Beispiel in Syri. Und genau so würden die USA auch vorgehen, falls Russland es wagt, in der Ukraine eine taktische Atomwaffe einzusetzen. Ob die Reaktion mit einem Präsidenten Trump die gleiche wäre, ist völlig ungewiss. Für Biden jedenfalls ist die Ukraine der Testfall für den globalen Kampf zwischen Autoritarismus und Demokratie. Wenn die Ukraine also verliert, hieße das freie Bahn. Nicht nur für Putin, sondern auch andere autoritäre Machthaber. Chinas Präsident Xi Jinping könnte Taiwan angreifen. An der Ukraine entscheidet sich, ob Amerika nur ein Papiertiger ist, der niemanden beschützen kann. Hier in Washington zweifeln viele, dass die Europäer das kapiert haben. Man ist genervt von der Uneinigkeit, die schnelle Entscheidungen verhindert, wenn es mal brennt. Ein Beispiel. Im Roten Meer greifen Terroristen ja Schiffe an. Der Welthandel ist bedroht. Die Amerikaner halten mit ihren Kriegsschiffen dagegen. Und die Europäer haben Monate gebraucht, um jetzt endlich Hilfe zu schicken. Oder die künftige Eingreiftruppe der EU. Wie groß soll die eigentlich noch mal werden? Das ist auch eine Frage, die ihr uns vorab gestellt habt. Hier der Kommentar. Wann kommt eine europäische Armee, um in der Welt bestehen zu können? Eine europäische Armee gibt es nicht. Und ehrlicherweise, sie wird es lange nicht geben. Aber die EU hat beschlossen, eine schnelle Eingreiftruppe aufzubauen. Das sollen mal 5000 Soldaten werden. Also wenn die Truppe steht. 2025. Das wird Putin beeindrucken. Also hier heißt es, diese Uneinigkeit der Europäer ist Putins beste Waffe. Was, wenn er in der Ukraine siegt und seine Truppen dann, sobald sie wieder stark genug sind, ins nächste Land einmarschieren lässt? Im Baltikum oder gar in Polen? Okay, wenn die Gefahr also real ist, dann müsste Europa doch jetzt reagieren. In jedem Hintergrundgespräch, das ich in Brüssel mit Spitzenleuten aus dem Bereich Verteidigung führe, geht es immer irgendwann um Donald Trump. Alle sagen, wir müssen uns jetzt vorbereiten und dann sagen sie im zweiten Atemzug, es fehlt das Geld. Neulich habe ich gesprochen mit Kaya Callas, Estlands Premierministerin. Sie ist sowas wie die führende Mahnerin in Europa. Sie wurde schon mal beschrieben als die neue eiserne Lady, wie damals Margaret Thatcher. Und Callas hat einen Vorschlag für Europa. Hört mal rein. Wenn Sie sich denken, wie wir auf die Covid reagieren konnten, dann konnten wir ziemlich schnell reagieren, weil es eine gemeinsame Worte war. Wir haben zusammen die Rechte. Also Schulden aufnehmen, um kurzfristig mehr Geld für die eigene Verteidigung zu haben, zumindest eine Idee. Aber wenn ich darüber mit Diplomaten aus Westeuropa spreche, die winken müde ab. Neue Schulden? Die Diskussion war schwierig genug bei Corona, dass etwa Deutschland jetzt einem neuen Schuldenfonds zustimmt. Vergesst es. Dann droht Europa ein Desaster. Falls Donald Trump Präsident wird, nehmen wir doch mal den Testfall Ukraine. Da sagt Trump offen, was er vorhat. Den Grund dafür, den kann man sogar nachlesen. In dem Konzept, das als Grundlage für die Politik einer neuen Trump-Regierung dienen soll. Mandat zu führen heißt das Ganze. Es ist ein fast tausendseitiger Masterplan, geschrieben von rechtskonservativen Vordenkern in Politik, Wissenschaft und Medien. Ein Teil von ihnen unterstützt folgende Argumentation. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied und gleichzeitig eine der korruptesten Nationen in der Region. Die europäischen Staaten sollten bei der Verteidigung der Ukraine helfen, aber die USA sollten sich raushalten. Sie wollen ein schnelles Ende des Konflikts durch eine dauerhafte Aufgabe der ukrainischen Ostgebiete und der Krim. Die Trumpisten glauben, dass die Europäer Amerika schamlos ausnutzen. Einer ihrer Vordenker, Steve Bannon, hat mir gesagt, hey, ihr habt ein Top-Gesundheitssystem, hohe Renten, ein tolles Bildungssystem, sechs Wochen Sommerurlaub. Wir haben ein riesiges Haushaltsdefizit, schicken euch aber unsere Söhne und Töchter, um für eure Sicherheit zu garantieren. Das ist die Denke. Also fordern die Trumpisten eine neue, ganz andere, transformierte NATO, in der die Verbündeten der USA selbst die große Mehrheit der konventionellen Streitkräfte zur Abschreckung Russlands stellen. Und sich nur beim Nuklearschutzschirm und ein paar anderen Fähigkeiten auf die Vereinigten Staaten verlassen. Die Aufstellung der US-Streitkräfte in Europa wird reduziert. Und jetzt die entscheidende Frage, die ihr ja auch gestellt habt. Ob er Europa fallen lassen wird, im Sinne, dass die USA die NATO verlassen. Die Antwort ist ein klares Ja. Da ist ein Schuss Erpressung im Spiel. Die Trumpisten drohen tatsächlich mit dem NATO-Austritt. In diesen Negotiationsen musst du massive Leverage haben. Du musst einen Handel haben. Und wir haben nicht so viel davon. Und du weißt, ich will euch das über die NATO sagen, wenn wir ihre Hilfe brauchen, sagen wir, wir waren attackiert, ich glaube nicht, dass sie da wären. Obwohl die Europäer nach 9-11 für die USA da waren, zählt Trump also Zweifel an der Beistandspflicht aus Artikel 5. Ihr helft uns eh nicht, da müssen wir es auch nicht. Und dann legt er sogar noch mal nach. Was, wenn die USA uns im Stich lassen? Was, wenn sie nicht einmal mehr den US-Nuklearschirm über Europa erhalten? Da kommt jetzt eine radikale Idee ins Spiel. Braucht Europa eine eigene Atomwaffe? Es gibt zwei Atommächte in Europa, Frankreich und Großbritannien. Aber ob die am Ende ihren Schutzschirm mit uns in Deutschland teilen, weiß man das wirklich zu 100 Prozent? Schon wird von einigen hier über eine EU-Atomwaffe geredet oder fabuliert. Vom ehemaligen deutschen Außenminister Joschka Fischer zum Beispiel, der sagt, die EU braucht eine eigene atomare Abschreckung. Andere machen sich schon Gedanken darüber, wie das dann gehen könnte in der Praxis. Mit einem Koffer, der zwischen großen EU-Ländern hin und her wandert. Zitat, wir brauchen einen gemeinsamen Koffer mit rotem Knopf, der zwischen großen EU-Ländern wandert. Ein Koffer, der umher wandert? Heute Berlin, morgen Warschau, eine Woche später vielleicht Budapest? Schaut mal die Reaktion an eines Verteidigungsexperten, als ich ihn im Interview darauf angesprochen habe. Das halte ich für, das halte ich für irrwitzig. Tja, wer würde auch auf diesen Knopf dann drücken? Die Kommissionspräsidentin oder der Ratspräsident? Oder müssten sich erst alle 27 Staats- und Regierungschefs einigen auf dem Sondergipfel mit Viktor Orban aus Ungarn? Und einen Monat später könnte Europa vielleicht reagieren? Aber vielleicht hat diese Diskussion doch ihren Sinn. Man muss anfangen, diese Fragen tatsächlich so konkret zu besprechen, dass sie auch nachher praktikable Politik werden können. Und nicht nur Gedanken von Professoren oder anderen sind. Wie seht ihr das? Braucht die EU bald eine europäische Atomwaffe? Oder was sollten wir in Europa tun, um uns auf die mögliche Rückkehr von Donald Trump vorzubereiten? Schreibt es uns in die Kommentare. Höchste Zeit, dass wir jetzt darüber diskutieren, weil wir längst mittendrin stecken im wichtigsten Testfall. Einem Krieg mitten in Europa, ausgelöst von einem machtbesessenen Diktator. Deshalb ist ja die entscheidende Frage, sind wir Europäer bereit, uns selbst zu verteidigen, auch wenn es nicht nur Geld, sondern sogar das Leben unserer Soldaten kostet? Wir können uns nicht mehr um die Antwort drücken, selbst wenn Biden Präsident bleibt und wir auf den Verbündeten USA zählen können. Und wir brauchen die Antwort noch dringender, wenn Donald Trump zurückkommt. Im Juni wählt Europa, im November die USA. Also höchste Zeit, offen und ehrlich mit dieser Gefahr umzugehen. Wie seht ihr das? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da. Vielen Dank.